Herzlich Willkommen im Republikanischen Club. Heute zu einer Buchpräsentation und Zeitreise zugleich in die Entstehungsgeschichte der Republik, die eigentlich vielleicht in diesem Raum fast allen bekannt ist oder sein sollte, die aber an sich sonst nicht, also die Zusammenhänge, wie es zur Ersten und dann zur Zweiten Republik gekommen ist, diese Zusammenhänge, die älter sind als der Zwölfte Moment war 1918, diese Zusammenhänge sind oft nicht sehr bekannt und genau richtig zum Jubiläum, zum 100. Geburtstag der Republik, ist von Wolfgang Häusler das Buch Ideen können nicht erschossen werden, herausgekommen. Wie der Titel schon sagt, ist diese Entstehungsgeschichte nicht gerade unblutig verlaufen und die Repression zeigt auch, dass die Vorgeschichte oder die Demokratinnen und Republikanerinnen seit der Aufklärung doch auch sehr vehement für diese Ideen eingetreten sind, weil es uns war ja nicht so brutal geworden. Es gab mehrere Revolutionen, eine hat funktioniert, das war die von 1918, eine hat nicht funktioniert, das war die von 1848 und eine wurde sehr imitiert oder quasi bewundert, also imitiert im kleineren Sinn und das war die Französische Revolution von 1789, wo, also in Frankreich, im republikanischen Verständnis quasi sehr vieles in den Alltag Einzug gehalten hat. Also dort gibt es quasi, kann man republikanisch heiraten oder konnte schon sehr früh republikanisch heiraten, die Republik wird seit zumindest dem späten 19. Jahrhundert immer am gleichen Tag bis heute gefeiert, am 14. Juli. Wir haben unseren Republikstag verloren, den 12. November, wenn man so will, also, aber wir werden gleich mehr darüber hören. Kurz zu Wolfgang Häusler und warum er gerade im republikanischen Club, ich meine, es gibt viele Gründe, aber eigentlich eine sehr spannende Vorgeschichte, die parallel zur Entstehung dieses Buchs gelaufen ist, nämlich Wolfgang Häusler wollte wissen, was mit dem Kopf von Franz Hebenstreit passiert ist, weil der natürlich auch hier drin vorkommt und wir ja 2010 gemeinsam mit den Wiener Vorlesungen von Christian Ehalt versucht haben, den Hebenstreit wieder in Erinnerung zu führen und seinen Kreis oder seine Kreise oder die Kreise, die damals in den 1790er Jahren die Idee der Republik oder zumindest der parlamentarischen Monarchie oder wie auch immer konstitutionelle Monarchie vertreten haben und dafür auch eingesperrt wurden. Ich wusste so vor ein paar Monaten nur ungefähr noch, also der Kopf war ja sehr lange im Kriminalmuseum ausgestellt, also quasi, wenn man so will, der erste Republikaner, also dezidierter Republikaner, der in Österreich Franz Hebenstreit hingerichtet für seine Ideen im Jänner 1795, hier gleich da vorne am Schottentor, dem sein Kopf war im Kriminalmuseum. Muss man sich vorstellen, also in der Republik ist der erste Republikaner, nicht im Pantheon in Frankreich, sondern im Kriminalmuseum. So, dort ist er nicht mehr, aber er ist noch im Besitz des Besitzes des Kriminalmuseums und Sie haben inzwischen herausgefunden, wo das ist oder wo der gelandet ist. Scharnstein, Oberösterreich, da gibt es im Schloss nicht ein Kriminalmuseum und Herr Oehrlinger vom Wien Museum hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es ist jetzt Winterszeit, aber wir werden der Sache nachgehen. Ja, also die Idee war ja immer ein Ergrab für Franz Hebenstreit. Herr Seierl war also nicht auskunftsbereit. Das ist der Inhaber des Kriminalmuseums, der Herr Seierl. Kurz, also die meisten von Ihnen werden eh Wolfgang Häusler kennen, seit den 70er, 80er Jahren quasi, also Bilder zeigen mehr als Worte, seine Habilitationsschrift zur sozialen Vorgeschichte der Märzrevolution 1848, also dass das halt, dass die Barrikaden nicht einfach nur aus dem Nichts kamen, sondern dass da auch sehr miese soziale Umstände dazu geführt haben, dass sehr viele Menschen in Wien diese Revolution unterstützt haben, vor allem die Armen, aber auch dann, aber da werden wir gleich mehr erfahren, nicht nur Verbündete hatten bei den anderen Revolutionären. Und dann später noch ein weiteres Buch, basierend natürlich auch auf dem, was hier herausgefunden wurde oder wieder gezeigt wurde, die Geschichte von Ernst Violand, also ein Revolutionär, über den wir sicher gleich mehr hören werden, der quasi 1848 maßgebend mitbeteiligt war und dann in den Vereinigten Staaten dort, die mit anderen die republikanische Idee weitergetragen hat, und zwar in dem Sinn, dass diese ganzen 48er in den USA, also die österreichischen, aber auch die deutschen und auch die ungarischen, die es darüber geschafft haben, ja sehr stark auch Lincoln unterstützt haben, also die Gruppe hier konkret in Illinois, um gegen die Sklaverei vorzugehen, quasi der letzte große Kampf, wenn man so will, wird es immer genannt, die amerikanische Revolution, war die Abschaffung der Sklaverei. Und da waren diese ganzen Wiener Revolutionäre ja auch nicht unbeteiligt. Ja, soweit zur Vorstellung, vielen Dank fürs Kommen und wir haben jetzt ein, ich lehne mich jetzt zurück, ein sehr schönes Referat und Zeitreise. Danke, Herr Kollege. 1789, 1848, 1918. Die Jahreskennzahlen meines Buches über Revolution und Demokratie in Österreich stehen in einem welthistorischen Rahmen. 1517, 1717, 1917. Diese runden Säkularerinnerungen, 500 Jahre, 300 Jahre, 100 Jahre, haben wir glücklich hinter uns gebracht im vergangenen Jahr. Ich erinnere mich in diesem Kontext meines Religionsunterrichts am St. Pöltener Gymnasium. Eine Mitschülerin von mir, Frau Eleonore Novi, ist heute zugegen. Das freut mich besonders, sie hat ein sehr interessantes Buch verfasst über die Besatzungskinder, also Kinder von sowjetischen Soldaten, Offizieren. Also ein ganz besonderes Schicksal war dadurch bedingt. Nun, am St. Pöltener Gymnasium unterrichtete im römisch-katholischen Religionsunterricht ein Domkurat, der über den manchen von Ihnen vielleicht bekannten Prelaten Josef Scheicher seine Dissertation in Salzburg geschrieben hat, sehr positiv anerkennend. Scheicher war also einer der wildesten Antisemiten, nicht also im Loega-Kreis. Dieser Religionslehrer vermittelte einen Crashkurs in Dogmatik und sehr authentisch garniert mit einem katholischen Antijudaismus und Antisemitismus, mit einem zugehörigen Geschichtsbild. Die genannten Jahreszahlen 1517, 1717, 1917 wiederholte er gerne seien Belege des persönlichen Eingreifens des Bösen in die Weltgeschichte. Das kann man sich gut merken, also da steckt Mnemotechnik dahinter. Nun, denken wir ein wenig nach, also wie haben wir diese Jahre jetzt in der Erinnerungskultur begangen. Luthers Reformation, der Religionslehrer warnte eindrücklich vor der Lektüre der Lutherbibel. Ja, es wurde also davor eindringlich gewarnt mit dem Hinweis auf die verbotenen Bücher. Im abgefeierten Reformationsgedenkjahr war von Bauernkrieg Thomas Münzer oder auch Michael Geismeyer sehr wenig die Rede. Die Täufer blieben außen vor. 1717, das Jahr der Gründung der Londoner Großloge. Eine kulinarische Ausstellung in der Nationalbibliothek hat stattgefunden, mit einer sehr merkwürdigen Auslassung des politischen Aspekts. Die freimaurische Theorie und Praxis wurde zwar im kulturellen Bereich aufgefächert, aber die praktisch gewordene Aufklärung und eben diejenigen, die hier auch das Thema gewissermaßen die geistigen Hausherren sind, die kamen nicht vor bei dieser Ausstellung, die österreichischen Demokraten oder Jakobiner genannt. Als ob ein Ernst Wangermann, ein Walter Grab, ein Schuh über Hebenstreit, ein Körner über Riedl, ein Kollege Emanuele niemals dazu geforscht und geschrieben hätten. 1917, da wurde die einst sogenannte große sozialistische Oktoberrevolution zum kriminellen Putsch von Randfiguren der Geschichte gemacht. Die jüngste Fernsehdokumentation war also ein erschreckendes Beispiel und man sehnte sich gerade zurück nach einer den älteren von Ihnen vielleicht noch in Erinnerung befindlichen Dokumentationsserie des Helmut Arnditsch. Also die hat weitaus Bedeutenderes geleistet, als was da heutzutage oder im vergangenen Jahr zustande gekommen ist. Nun, 1917, Papst Franziskus, durchaus achtbar als Kritiker der tötenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung, Sie kennen dieses Zitat aus der Enzyklika Evangelii Gaudium, mobilisierte 1917, 2017, die Privatoffenbarung an die Kinder von Fatima. Ja, das ist er seinem Amt offenbar schuldig. Ich widerspreche diesen Reduktionen mit Thesen, die ich zur wissenschaftlichen Vorbereitung des mittlerweile redimensionierten Hauses der Geschichte Österreich mit diesem etwas sperrigen Nominativ formuliert habe. Ich kann Ihnen diese Thesen jetzt also nicht im vollen Wortlaut also vortragen. Ich stelle sie nur ganz kurz vor. Sie haben keinerlei Beachtung gefunden. Sie wissen ja, dass, wie gesagt, redimensioniert in einem doch so sehr beschränkten Rahmen dieses große und bedeutende Projekt abgehandelt werden wird. Es war geplant, dass eine Vorlesungsreihe, also über Epochenbegriffe, über Schwellenjahre, Freund und Kollege E. Halt hat also hier große Vorarbeit geleistet, Oliver Radkoll war da dabei. Das ist alles nicht zustande gekommen. Meine erste These lautete, die bürgerlich-demokratischen, politischen und sozialistischen Revolutionen seit 1789 sind nicht als isolierte Punkte auf der Zeitleiste fixierbar, sondern müssen als in die Zukunft weiter wirkende, anhaltende Prozesse, mathematisch gesprochen Vektoren, die etwas bewegen, begriffen und dargestellt werden. Das ist eine Einsicht, die man also mit Goethe teilen kann, das hier und heute der neuen Weltepoche, die mit Valmy 1792 beginnt. Man kann immer wieder hier auch so große Konservative heranziehen, also Docquille etwa mit dem Ancienregime und der Revolution, der hier maßgebend ist und insbesondere Jakob Burckhardt, der also seine weltgeschichtlichen Betrachtungen, eine Vorlesungsreihe in Basel, niederschrieb 1872 von einer 83-jährigen, bewegten Periode, wie diese 83 Jahre sprach und als Revolutionszeitalter definierte. Also das geht unter dem Eindruck der Pariser Kommune zurück auf 1789, also diese Jahreszählung. Nun zweitens. Demokratie braucht zu ihrer Verwirklichung Demokraten historisch gesehen revolutionäre Demokraten, wenn es denn, berühmte Formulierung, wenn es denn darauf ankommt, die Welt zu verändern. Sie haben es erkannt, 11. These über Feuerbach von jungen Marx. Mit der Niederlage der revolutionären Bewegungen von 48, 49 wurden auch ihre vielfach vertriebenen, ja getöteten und jedenfalls mundtot gemachten Protagonisten aus dem historischen Gedächtnis getilgt. Die jüngste Gesamtdarstellung der österreichischen Geschichte 2015, die Thomas Winkelbauer herausgegeben hat für die Moderne vom Reformabsolutismus bis zum Weltkrieg von der Kollegin Brigitte Mazzol, nennt weder Hebenstreit und Riedl noch Fischhof, Kudlich oder gar einen Violant. Diese revolutionären Ursprünge der Demokratie und die Träger ihrer Ideen zu erinnern, ist Pflicht oder wäre Pflicht des Hauses der Geschichte Österreich gewesen, meinte ich. Nicht die Revolution von 1848 ist gescheitert, wie so gerne leichthin gesagt wird, sondern die reformunfähige Habsburger Monarchie. Die Habsburger Monarchie als Monarchia Austriaka der pragmatischen Sanktion, Kaisertum Österreich seit 1804 in der Tradition des 1806 endenden Heiligen Römischen Reiches, als österreichisch-ungarische Doppelmonarchie 1867 konstruiert, ist nicht allein traditionell imperial, wie so gerne in der Öffentlichkeit dargestellt, sondern auch als modern imperialistisch zu verstehen. Ich verwahre mich, und soweit ich konnte, habe ich das immer bekämpft, dass so erfolgreiche Buche, die Thesen von Christopher Clark, nicht, also die Schlafwandler, ja, gewiss das auch, nicht, aber dass man da so unschuldig, nicht, dass man irgendwie in den Krieg hineingetaumelt wäre, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Die Habsburger Monarchie hatte durchaus reale imperialistische Zielvorstellungen, die insbesondere auf den Balkan zielten, nicht, also man denke auch daran, also an die Kriegsvorbereitungen, wie sie Konrad von Hötzendorf in den Jahren, also vor dem Weltkrieg getroffen hat, die Anteilnahme nicht, also an Albanien nicht, und was aus der Bosnien-Herzegowiner Krise geworden ist, beziehungsweise auch das weitausgreifende Interesse am vorderen Orient, wo ja auch österreichisch-ungarische Truppen im Ersten Weltkrieg, also etwa mit schwerer Artillerie vor Gaza, das weiß ja kein Mensch mehr, an der Seite der deutschen Verbündeten gekämpft haben. Also das ist, glaube ich, doch so ein Thema, über das man auch nach 1914 immer noch diskutieren muss. Horkheimers ernstes Wort vom Schweigen über Kapitalismus und Faschismus, meine ich, ist weiter zu denken. Entfesselter Kapitalismus erscheint fernab jedweder Kritik der politischen Ökonomie als noch möglicherweise mit dem Attribut sozial versehene, deregulierte Marktwirtschaft neoliberal und globalisiert, zuletzt als Weltwirtschaft 4.0 digital installiert. Nun, das sind Dinge, die ich hier jetzt nicht weiter ausführen kann, aber ich möchte doch also die Aufmerksamkeit darauf lenken. Nun fragen wir, was ist Demokratie, wie wird sie verstanden, wo schlägt man nach? Sie kennen alle Büchmanns schönen Band über die geflügelten Worte, nicht die Zitatensammlung. Da gibt es also nicht viele, gerade zwei Zitate in der deutschen Sprache zum Begriff Demokratie. Das eine ist Ludwig Uhland, nicht das über Deutschland. Möge kein Haupt leuchten, das nicht mit einem Tropfen demokratischen Öls gesalbt ist. Nun, das ist Pathos nicht von 1848. Ludwig Uhland, Sie kennen den Balladendichter des Senders Fluch. Das ist eine ordentliche antifeudale Ansage, nicht? Also noch eine hohe Säule zeugt von versunkenen Pracht. Auch diese schon geborsten, kann stürzen über Nacht. Also Uhland war ein demokratischer Kämpfer, nicht? Also Mitglied des Frankfurter Bauskirchenparlaments und hat auch noch nach dessen Sprengung bzw. Verlegung nach Stuttgart als einer der letzten, nicht? Also dieser parlamentarischen Idee, die Treue gehalten. Und der alte Mann, nicht? Also ein Abgeordneter von Württemberg, seiner württembergischen Heimat Tübingen, trat mit geöffneten Rock, nicht? Also den Bajonetten der preußischen Besatzer entgegen. Das war Ludwig Uhland, den wir alle aus dem Lesebuch so gut kennen. Aber dieses, sein politisches Engagement, ist so wenig bekannt. Ein guter Kamerad der Demokratie. Nun finden wir noch ein zweites Wort. Ein böses, von Junkern und Offizieren geprägtes Wort des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. gegen das Frankfurter Parlament, dessen Delegation, darauf bezog sich auch, also Uhlands Award, ihm die deutsche Kaiserkrone angeboten hat, nicht? Also man reiste nach Berlin und mit einigermaßen höflichen Worten, nicht? Also hat Friedrich Wilhelm IV. das abgelehnt. Er schwankte ja sehr in seinen Meinungen, nicht? Er hatte manchmal so romantische Anwandelungen, aber er hat sich also der schroffsten gegen Revolution verschrieben. Und in seinem internen Kreis sprach er das böse und hässliche Wort. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Adieu. Das hat ein Herr von Merkel, nicht nur sein Juncker, und ein Oberst von Griesheim in die Welt gesetzt. So ein Gedicht, wo das also der Refrain gewesen ist, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Krasser noch allerdings eine Stimme, aus dem jahrelang unter Kriegsrecht gestellten Wien. Vom Schmutz Republikaner, vom Unflat Demokrat, fegt rein, das Sereschaner befreite der Kroat. Verfasser dieses üblen Vierzeilers ist Josef Weil mit Y, W-E-Y-L, Polizeibeamter und humoristischer Hauspoet des Wiener Männergesangvereins. Auch der erste läppische Text des Donnerwalzers stammt von ihm. Wiener, seid froh, oh, oh, wieso? Ein Schimmer des Lichts, wir sehen doch nichts, ein Fasching ist da, ach so, na ja. Also das ist dieser Text, den man dann ja zugunsten einer anderen Textierung von der schönen blauen Donau zurückgenommen hat. Das war Josef Weil, beim 150-jährigen Gedenken, also voriges Jahr, das war eine Reaktion, ja auf 1866, wurde das doch auch wieder in Erinnerung gerufen. Allerdings nicht, also das sonstige poetische Werk des Herrn Weil zu erwähnen. Die Kroaten, das muss ich vielleicht doch erklären, das waren die Grenzertruppen des Panus Jelacic, der mit Fürst Windischkretz gemeinsam im Oktober 1848 das revolutionäre Wien bezwang und die gefürchteten Sereschaner, die roben Mäntler, nicht mit ihrer orientalischen Bewaffnung von der Militärgrenze, die Leibgarde des Panus, die bei der Erstürmung von Wien im Oktober 1848 eine sehr wesentliche Rolle gespielt haben. Auf den Aufbruch des Völkerfrühlings im März 1948 folgte die militärische Unterwerfung aller wichtigen Städte der Habsburger Monarchie in Ausspielung der nationalen Gegensätze. Ich berichte, dass die Anregung zu diesem Buch kam von einer Tagung, die in Deprezén, also Stadt gefunden hat, also jener bedeutenden Stadt im östlichen Ungarn, wo die Habsburger am 14. April 1849 unter Wortführung des großen nationalen demokratischen Tribunen Laioch-Koschut die Absetzung des Hauses Habsburg-Lothringen ausgesprochen haben. In diesem Deprezén hat eine Tagung über Erinnerungsorte stattgefunden. Und man sah dort eine andere Perspektive auf die österreichische Geschichte. Der Hauptteil der Tagung war gewidmet den sogenannten Galeansklaven. Sie haben, glaube ich, wenn sie sich nicht besonders mit ungarischer Geschichte beschäftigt haben, nie davon gehört. Als die Habsburger Ungarn zurückeroberten nach 1683, das geht ja Schritt für Schritt, also Ofen, Pest und dann auch bis Belgrad, also 1688 vorstoßend, musste wieder zurückgenommen werden, aber immer wieder nicht, also jetzt flächendeckend, wird also Ungarn erobert, also in diesem Rollerbeck. Da hat man dann auch gleichzeitig also Ungarn unter die fiskalische Herrschaft Österreichs gebracht, also die Hofkammer war der wichtigste Hebel, um hier Ungarn auch eben finanziell zu nützen. Und zum Zweiten hat man die Gegenreformation einigermaßen brutal durchgeführt. durchgeführt, das ist ein Mann, den man in Wien ja eigentlich auch nur von seiner freundlichen Seite kennt, der Kardinal Kolonitsch, der auch unter den berühmten Männern der Geschichte vor dem Wiener Rathaus steht. Da gibt es die hübsche Geschichte, dass er dann noch 1683 die verlassenen Kinder nicht so oft gelesen hat. In Ungarn kannte man ihn anders, es haben hier so furchtbare, also Prozesse, Blutbank, also von Eperiesch also stattgefunden. Und man hat protestantische Pastoren, also die sich nicht so beugen wollten, zusammengefangen und aufgrund ihres Bekenntnisses nach Neapel, nicht so, das war ja damals so spanisch, nicht so unter einer Dynastie als Galeansklaven verkauft. Ja, also auch das ein Beitrag nicht so zur herbstburgischen Geschichte und Praxis. Einige Galearen also wurden aufgebracht von dem holländischen Seehelden, dem Admiral De Reuter, nicht, also jeder Niederländer kennt den und die befreiten Pastoren wurden nach Ungarn zurückgebracht und in Deprezen also steht ein Denkmal, da sieht man so eine Galere, nicht, das ist im Relief also abgebildet und es stehen also drei Dutzend Namen dieser wiederum befreiten Galeansklaven, nicht, also das ist die ungarische Perspektive auf die Habsburg österreichischen Geschichte. Das nur nebenbei und ein sehr netter Kollege hat mich aufmerksam gemacht, ja machen Sie doch ein Buch drauf, Sie haben sich so viel damit beschäftigt und beziehen Sie also eben auch die ganze Habsburger Monarchie mit ein. Ich habe das getan, habe das versucht und liste Ihnen jetzt auf, wie auf den Aufbruch also des Völkerfrühlings im März 1848 die militärische Unterwerfung aller wichtigen Städte der Habsburger Monarchie erfolgte in Ausspielung der nationalen Gegensätze, die hat es gegeben, nicht, und gerade in Ungarn haben sich die in ganz entsetzlicher Form ausgeprägt. Es war sicherlich ein Fehler der ungarischen Revolutionäre, dass sie dieses Reich der Stephans Krone zu dem ja die Hälfte, möglicherweise sogar mehr als die Hälfte, nicht-ungarische Völker, die man dann Nationen nennen wird, gehört haben. Das war also jenseits des Verständnis Horizontes von Koschow. Also Ungarisch war die Sprache, Ungarisch war die Politik Ungarisch, war die Kultur erst Postfestung, hat dann Koschow auch bessere Einsicht gezeigt. Ein sehr wesentlicher Mann, den ich hier herangezogen habe, ist also Chandor Petöfi, also ich habe ihm da also auch eine Illustration gewidmet, die einzige heutige Tagherotipie, also im Begriff des zornigen jungen Mannes, der an der Spitze des 15. März, also dieser großen Volksbewegung in Ofen und Pest gestanden, hat Petöfi dessen Nationallied jeder Ungar nicht also auswendig kann. Ich zitiere ein Gedicht, es trägt auch den Titel 1848, sonst steht also nichts drüber, schon aus dem späteren Jahr 1848. 1848, Stern der Völker Morgenrot, Tag wird's, doch er kündet Tod, Tod der Nacht, der Langen, Jagd mit roten Wangen in die Flucht, die finsteren Schatten, droht mit düsterer Purpur Glut, aus den Augen der Nationen, Schrein, Groll und Schmach nach Blut. Sie sehen am Anfang die Begeisterung, der Völker Frühling und die große Hoffnung, dass es sozusagen Licht wird, also Aufklärung eintritt, aber aus den Augen der Nationen schreien Groll und Schmach nach Blut. Es herrscht also in der Tat ein blutiger Bürgerkrieg. Die Habsburger und die Militärs haben das benutzt, um den kroatischen Banus nicht also hier aufzuwiegeln, also gegen die Ungarn beziehungsweise dann also vor Wien erziehen bei den Slowaken, bei den Malachen, die sich als Rumänen zu fühlen begannen, bei den Serben hat es dann so ähnlichen Widerstand gegeben. Das ist die große Tragik der ungarischen Revolution gewesen. Aber kehren wir also zu den anderen Schauplätzen. Zu Ostern wurde Rakau bezwungen. Polnisch Österreich. Zu Pfingsten Prag durch Windisch Grenz. Der Prager Pfingstaufstand im Anschluss an den Slawenkongress. Im Sommer Mailand durch Radetzky. Der blutige Oktoberkampf von Wien mit etwa 3000 Toten. Anschließend Lemberg bombardiert. Dann bis in den Sommer 1849 die Unterdrückung des ungarischen Freiheits Kampfes schließlich mit russischer Waffenhilfe schließlich Venedig mit dem ersten Bombardement der Kriegsgeschichte von Luftballons aus. Der ideenreiche findige Militäringenieur Uchazius hat also Bomben mit Aufschlagzündung entwickelt. Der Luftballon wurden vom Wind vertragen, haben also nicht viel Schaden angerichtet, aber wenn sie nach Venedig kommen, besuchen sie auch das Denkmal von Daniele Manin, der an der Spitze der Republik von San Marco die sich konstituiert hatte erstaunt. Dort hat man im Sockel Imitationen dieser Bomben eingelassen um zu zeigen. So wurde diese Befreiung die an die historische Markus Republik anknüpfte schließlich bezwungen. Und das sage ich auch immer wieder ich werde nicht müde das zu sagen, man sollte an alle diese sehr still nur erinnerten und sehr wenig erinnerten Vorgänge der militärischen Bezwingung denken, wenn das Gemarsch nicht eingeklatscht wird. Was mich erschüttert hat, das geht jetzt schon in den Bereich des komischen beim Ball der roten Herzen in Simmering nicht, also der SPÖ, der gezeigt wurde im Fernsehen, weil jetzt die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt einander gegenüberstehen, wurde auch zum Entree der Radetzky eingeklatscht. Das sind also seltsame Perversionen, die aber aus einer Ignoranz der Geschichte zustande kommen. Der einzige David Barnd Baum hat im Jahre 1914 zu Kriegsbeginn Gedenken, nicht aus Erster Weltkrieg gebeten. Ich erinnere mich noch gut daran, dieses Mitklatschen zu unterlassen. Die Leute haben es trotzdem immer wieder so beschwicht. Er hat das auch erklärt. Aber seitdem ist also wieder das Mitklatschen auf der Tagesordnung. Und es waren also diese genannten Feldherren der Gegenrevolution, die dem 18-jährigen Soldatenkaiser Franz Josef am 2. Dezember 1848 zu Olmütz auf den Thron halfen. Das Motto Viribus Unitis übersetzen die Wiener sehr treffend mit aller Gewalt. Liberalismus und Demokratie waren besiegt, bürgerliche Freiheitsrechte außer Kraft. Es herrschte bezeichnender Name dieser Überbehörde das Zivil- und Militärgouvernement. Alles, was in einem verhängnisvoll verspäteten Prozess aufgrund der Niederlagen von Solferino und König Kretz nachgeholt werden musste, war 1848 in Gang gekommen. Zurückdrängung des Feudalismus, sogenannte Bauernbefreiung, Verfassung, Parlamentarismus auf der Grundlage des allgemeinen Männerwahlrechts, erste Organisationsformen der Arbeiterbewegung, Föderation der Völker im Sinne einer damals ausgesprochenen Gleichberechtigung der Nationalitäten. All dies wurde von blutiger Reaktion zerstört und gehemmt und allzu lange wehrte der Weg vom Untertanen zum Staatsbürger. Die Demokratische Republik der Gegenwart hat ihre Ursprünge vergessen. Öffentlichkeit und Wien-Besucher werden mit einem ewigen Kaiser, so der Titel oder Ausstellung in der Nationalbibliothek im Vorjahr, karkanischen Privatleben bis zu den berühmten Leder- und Unterhosen seiner Majestät im Sissi-Museum in einem permanenten Habsburg-Recycling abgefertigt. Initial wurde der hundertste Todestag von Franz-Josef Todestag bitteschön 2016 als Kaiserjahr erstilisiert. Dynastisch-patriotische Identitätsstiftung durch die Übermutter und Powerfrau nicht, dass alle diese Ausdrücke kamen vor, prägte das Jahr 2017. Wir sind Kaiserin und Kapitalbuchstaben so vermarktete die Münze Österreich ihre einschlägigen Produkte und sie haben vielleicht auch Dornhelms Maria Theresia Produktion gesehen. Ich weiß nicht, dass ich halte Dornhelm für zu intelligent, als dass er hier wirklich nur eine Seifenoper und einen Kostüm Schinken produzieren wollte. Die ganze Sache war dann schon eine Selbstparodie und Selbstironie. Eine einzige Szene, für die die es gesehen haben, rufe ich in Erinnerung, wie es darum geht, dass Maria Theresia sich auf den berühmten Krönungsritt in Bresburg, also anlässlich ihrer Krönung, zum König von Ungarn, sie war ja Trägerin eines männlichen Titels, vorbereitet und darauf einstellte, begegnete ihr in dieser Dornhelm-Produktion der prachtliebende Nikolaus Esterhase, nicht, also der Mäzen Josef Heidens, den wir alle gut kennen, im Film, also ein Feschak, nicht, also das war ja dazu unglaublich, nicht, also, und er spricht das auf die zukünftige Königin ein mit den Worten Euso Komm, diese Worte bezogen sich darauf, dass er Mut machte mit diesem Euso Komm, dass er sich in den Herrensitz setzt, ja, also Maldrese ist natürlich niemals im Herrensitz gesessen, also undenkbar, nicht, dass auch Kaiserin Elisabeth hat das also nicht getan, bewundernswert, nicht, also bitte stehen Sie sich vor, also diese Damen, Damensättel, nicht, ist ja Blödsinn, nicht, also ausgesprochener Blödsinn, aber bitte, das wurde dann also gezeigt, durch den man auch sah, also wie sie Franz Stephan nicht, also beritten hat, also auch im Herrensitz, es war wirklich also von einer unfreiwilligen oder möglicherweise also gewollten Komik, also dieses seltsame Produkt, nun aber genug davon, also von diesen, naja, Blödheiten, in der Ruhmeshalle des Arsenals, der als geschichtliches Museum, halten die Kriegsherren der Gegenrevolution, Wache, als Paladine des versunkenen Reiches, zusammen mit Heinau, der den in Ungarn unvergessenen Kriegsrechtsmord am Ministerpräsident Bautjani und die Hinrichtung der 13 Generäle von Arad zu verantworten hat. Schlimmer noch, unangefochten stehen ihre Namen auf der Ehrenbürgertafel im Wiener Rathaus, wenn Sie dort einmal zu einer Wiener Vorlesung gehen, achten Sie darauf auf der Feststiege. Nun kommen wir zu den ersten österreichischen Demokraten. Die Berater und Beamten Marit Rezers und ihr Sohn Josef II. hatten durch europäische Machtkriege gezwungen, die Modernisierung des vielgeschaltigen Reiches zur Staatlichkeit in Angriff genommen. Bürgertum konstituierte sich als führende Wirtschaftskraft des aufsteigenden Kapitalismus. Toleranzgesetzgebung so rühmenswert sie ist, galt ja diesem Zweck, also die protestantischen Großhändler, die jüdischen Herren tolerierten Bankiers, nicht, also hier in dieses neue System der Manufaktur und des Bankwesens zu integrieren. Bildung und Besitz vereint. In ein Freimaurerlogen sammelte sich eine Gesellschaft gleichberechtigt strebender. Aufklärung wurde praktisch. Der mächtige Impuls der französischen Umwälzung vom Absolutismus zur Republik verstörte den mit Napoleon fast gleichaltrigen Herrscher Franz als Kaiser des Reichs der Zweite, als österreichischer Kaiser der Erste, Neffe Josefs des Zweiten. Einen ganz kurzen Blick muss ich den doch auf Josef machen, der auch im Buch ausführlich gewürdigt wird, also der große Reformer, dessen Denkmal Ihnen ja vor Augen steht. Lesen Sie auch einmal die Inschrift. Sie ist nicht nur deswegen interessant, weil hier sein Neffe Franz mit dem Doppeltitel noch angesprochen wird, also in dieser kurzen Zeitspanne von 1804 und 1806 war er Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Erbkaiser von Österreich. Das ist aber jetzt nicht das Wesentliche. Die wesentliche Inschrift lautet Josefo Secundo qui saluti publico vixit non diu sed totos ein gewisser totalitärer Anspruch, also wenn man das so formulieren darf, war hier gegeben, also dieser Gesamtanspruch nicht, also das Staat, das nicht auf die Organisation der Untertanen, denen es gut gehen sollte, aber die eben entsprechend als Steuerträger beziehungsweise auch als Soldaten hier so dem Staatszweck zu dienen hatten. Die Salus Publica, klingelt doch etwas, Komitee du salub public, nicht? Der Wohlfahrtsausschuss, das Gemeinwohl, also etwas ganz Merkwürdiges, was hier auch eben der französischen Revolution entgegengesetzt wird. Verfasser dieser Inschriften war ein Ex-Jesuit, also ein sehr kluger Mann, der hat Michael Deniz geheißen aus Scherding, Bardendichtung hat er verfasst, also so im Stile von Klopstock, er hat einer der ersten Schmetterlings Forscher, in Österreich ist er gewesen, Begründer der Lepidopterologie, also so heißt die Schmetterlingskunde, also ein interessierter und intelligenter Mann und er spricht also hier von der Salus Publica, also diesem Gemeinwohl, das ja auch in der Französischen Republik eine so große Bedeutung hatte, der Wohlfahrtsausschuss. Darüber sollte man also doch wirklich einmal sehr gründlich nachdenken, was es da auf sich hat, Reformabsolutismus beziehungsweise eben also der Anspruch, dass das Volk selbst in die Hand nimmt. Schiller hat das abgelehnt, Sie kennen diese Stelle aus der Glocke, wenn sich die Völker selbst befreien, dann kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. Also Schiller, der Freiheitsdichter der deutschen Nation, geht nicht so weit, also dass die Völker sich selbst befreien sollen und sie kennen alle seine Ausfälle gegen die französische Revolution, da werden Weiber zu jenen, etc. etc. Also das waren die Grenzen, die dem deutschen Freiheitsstreben zweifelsohne gezogen waren. Nun der Krieg mit dem revolutionären Frankreich an der Spitze einer europäischen Koalition, also seit 1792 verunsicherte den guten Kaiser Franz, der ja damals noch sehr jung war, als die Sache 1792 losging. Die Folge war eine radikale Kurswende vom Reformabsolutismus zum Obrigkeits- und Polizeistaat. Sympathisanten der französischen Revolution wurden als Jakobiner bezeichnet und als Staatsverbrecher verfolgt. Kaiser Franz selbst steuerte die Jakobiner Prozesse 1794 bis 1995. Der Wiener Magistratsrat Brandstetter wurde wegen seiner Vorliebe für das unselige Freiheitssystem, so die Anklage, zu 30 Jahren schwersten Gefängnisses in Eisen verurteilt. Er starb 1798 in der Festung Munkatsch an Entzündungen und Schwäche. Der ehemalige Mathematiklehrer des Kaisers Andreas Riedl wurde mit 60 Jahren Kerker bestraft, er überlebte. Die französische Armee befreite ihn 1809 aus der Haft in Brünn. Sein Verbrechen war das Weiterdenken der Reformideen Josefs und Leopolds II. zu einem Volksstaat als Verfassung der Majestät des Volkes. Riedl erkannte die soziale Dimension und er träumte, hören Sie genau zu, eine Revolution, ohne Schwertstreich, kein Traunsturz, kein Königsmord, so argumentierte er vor seinen Richtern, naiv, nicht hat geglaubt, er befindet sich da in einem Zirkel, gleich berechtigter, gleichgesinnter, intellektueller, kein Königsmord. Wenn wenn jemand von Revolution redet, sage ich sans culotismus und was war hier gemeint? Man hätte, meinte Riedl, bei dieser letzten Menschenklasse anfangen müssen und er bezeichnete diese Anschauung als Hebenstreitismus oder Kommunismus. Dieser Begriff kommt erstmals in deutscher Sprache im politischen Sinne vor. Der Offizier Franz Hebenstreit von Streitenfeld hatte ja in dem lateinischen Lehrgedicht Homo Minibus die Utopie einer auf den Communia beruhenden Gesellschaft entworfen und an die Unterschichten im Eppeltauer Lied appelliert. Es ist ja das Volk kein Arschpapier und darf auf sich wohl denken. In diesem Kreise muss ich das glaube ich nicht weiter zitieren. Vor dem Schottentor wurde Hebenstreit 8. Jänner 1795 stranguliert, welcher gedachte die ganze kaiserliche Familie aus dem Wege zu räumen, so das Flugblatt anlässlich seiner Hinrichtung unter großem Volks Zulauf. Gegen ihn als Militärperson wurde die Todesstrafe verhängt, ebenso über den Ungarischen Kreis um den gelehrten Ex-Franziskaner Ignaz Martinovic. Die Blutwiese Wermöse erinnert an die Pilapester Hinrichtungsstätte. Die vertraulichen Akten der Jakobiner Prozesse blieben im Kabinett des Kaisers versperrt. Erst 1878 wurden sie unter weiterer aufgetragener Geheimhaltung dem Haus, Hof und Staatsarchiv übergeben. Nun mache ich es schnell, ich überspringe die so gut bekannte Biedermeier-Epoche nach den Revolutionskriegen und der napoleonischen Epoche. Eine neue Klasse entstand das Proletariat mit dem aufsteigenden Kapitalismus, dem der Appell des Kommunistischen Manifests galt. In Wien schlug 1848 die Stunde der Doktoren der Revolution zu Heinrich Heine, von dem auch die Wortprägung Weltrevolution erstand. Die Wiener März-Revolution brachte nicht nur den Militäreinsatz gegen die Demonstranten vor dem Niederösterreichischen Landhaus, sondern auch Sozialprotest und Maschinensturm in Vorstädten und Vororten. Also man darf nicht nur auf diese Szene blicken, nicht, dass es wohl bekannt ist, nicht nur so vor dem Landhaus in der Herrengasse, sondern auch über den aufbrechenden Konflikt der Klassengesellschaft des Kapitalismus. An der Spitze der März-Bewegung standen vielfach Mediziner, vor allem Dr. Adolf Fischhoff, der erste politische Redner. Nicht die Zerstörung Österreichs, sondern sein Neubau. Brüderliche Vereinigung der Völker war das Ziel. Der 25-jährige Philosoph und Publizist Dr. Hermann Jelinek, dem ich das Fontis Piz, also meines Buches, gewidmet habe, hatte in Leipzig Kenntnisse der demokratischen und sozialistischen Ideen erworben. Seine, ich zitiere, reale Kritik zielte auf die menschliche Arbeit und eine Philosophie der Tat, wie sie in Paralleler Entwicklung Dr. Karl Marx forderte. Er wusste, also von Engels und Marx, er kannte also Feuerbach, damit hat er sich sehr intensiv auseinander gesetzt. Klar sprach Jelinek von Volkssouveränität und Zerschlagung des feudalen Eigentums. Die März-Revolution war für ihn das große Werk der Erfolgsmassen. Also Sie sehen die Formulierungen, die ihr so sehr direkt, nicht an die parallele Entwicklung bei Marx erinnern. Wisst ihr, wo die Gerechtigkeit ruht? Fragte Jelinek als Publizist, der schrieb also für die Zeitung der Radikale und eine kurzlebige, von ihm herausgegebene Zeitschrift, kritischer Sprechsaal. Und er gab die Antwort. In der sozialen Demokratie und nirgends anders. Im Oktober forderte Jelinek den Angriff des bewaffneten Volkes. Die Volkskämpfe kehren sich tatsächlich gegen die Dynastie im alten Sinne des Wortes. Aufgrund dieser Sätze im Radikalen kam Jelinek vor das Kriegsgericht. Ideen können nicht erschossen werden. Der Titelsatz meines Buches sagte er vor seiner Hinrichtung. Man brauchte einen Juden und hatte sonst keinen zur Hand, meinte Eduard von Bauernfeld zu diesem Justizmord. Dr. Andreas von Stift, ein Jurist, war hier Ex-Kollege in der Revolutionspresse, fulminanter Wortführer der Anliegen der Arbeiterschaft. Beide kamen im Demokratischen und Arbeiterverein mit dem Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung, Dr. Karl Marx in Verbindung, der in Wien bei seinen Reden in den genannten Vereinen wie in Paris den Kampf der Bourgeoisie mit dem Proletariat erkannte. Im August hatte es einen Zusammenstoß zwischen bürgerlichen Nationalgarden und den Notstandsarbeitern, die noch Zehntausenden zählten, gegeben. Blutige Opfer starben bei diesem Konflikt. Ich erwähne nur ein paar Sao, ich habe jetzt bei mir liegen alle die Ziegeln, die sich gestatten respektlosen Begriffe, jetzt zur Biografie von Karl Marx erscheinen, von Statham Jones und von Neffe und von etwas älter schon, also von Jonathan Sperber und allen ist also gemeinsam, dass Marxens Konnexion zu Wien nicht vorkommt. Auch die Neue Rheinische Zeitung wird kaum ausgewertet, nicht die von Engels verfassten oder seinem Namen laufenden Berichte für die New York Daily Tribune, Revolution und Kontra-Revolution in Deutschland, wo eine außerordentlich treffende Analyse der österreichischen Revolution auch enthalten ist. Nichts davon, kein Name, Sie werden weder Jelinek noch Stift noch auch den gleich zu erwähnenden Violant hier in diesen sehr starken Biografien finden, also eine seltsame Auslassung. 1849 schrieb Marx aus London an Stift, er, Marx hoffe, in einer künftigen Revolution mit ihm Stift in einem deutschen Konvent zu sitzen. Eine Avance, die er sonst niemanden gemacht hat. Dann, und das bedeutendste Dr. Ernst von Violant, tätig in allen revolutionären Körperschaften, vor allem im Reichstag bester Redner der Linken. Seine soziale Geschichte der Revolution in Wien sagte den Sieg der Demokratie durch die Arbeiterschaft voraus. Herr Emanuele war so lieb, also diese, meine, leider Gottes, nur verkürzt, herausgegebene Geschichte der sozialen Revolution in Österreich, das ist also wirklich eine Grundlagenschrift, auch als historiografische Tat, eine Inkunabel der revolutionären Sozialgeschichte. Violant war im Verfassungsausschuss des ersten österreichischen Parlaments federführend. Die Grundrechte, namentlich das Prinzip der Gleichberechtigung der Nationalitäten, wie sie 1867 und noch 1920 in die Verfassung übernommen wurden, waren das Werk der verfolgten und vertriebenen 48er. Violant, in der Heimat zum Tod verurteilt, emigrierte nach der gewaltsamen Auflösung des Kremsierer Reichstags in die USA, wie sein Freund Hans Kudlich, der Bauernbefreier, der als Arzt erfolgreich in der Neuen Welt wirkte und noch das Revolutionsjahr 1917 erlebte. Ich stelle dann also die Frage, wer soll denn in Russland Revolution machen? Das war seine Lieblingsanekdote von Bruno Kreisky und diese überlieferte Äußerung stammte vermutlich von Graf Otto K. Tschernin, 1916-18 Außenminister der österreichisch-ungarischen Monarchie mit der Antwort, vielleicht der Herr Braunstein aus dem Kaffee Zentral, nicht? Das soll in Russland Revolution machen. Der Scherz hat Realitätsgehalt. Bei seiner hastigen Abreise aus Wien zu Weltkriegsbeginn 1914 hatte Trotzki, der sich sieben Jahre in Wien auffielte, hat sich ja gerade so eingewinert, ein Dutzend Bücherkisten im Eisenbahnerheim am Margaretengürtel hinterlassen. Da steht noch das Eisenbahnerheim. Das war so knappe so vor dem Ersten Weltkrieg fertiggestellt worden, ein sehr stattlicher Bau von Hubert Gessner. Im Zuge der Verhandlungen von Brest-Litovsk sorgte Tschernin dafür, dass sein Partner Trotzki wieder zu seiner Bibliothek kam. Also das ist doch einigermaßen bemerkenswert. Trotzkis Erinnerungen, ich empfehle Ihre Lektüre, sind ein lebendiges Zeugnis für das, Zitat, alte, kaiserliche, betriebsame und eitle Wien. 1895 und 1901 streifte Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, genannt Wien. Eine Gedenktafel an der wiener-russischen Botschaft im Schatten der orthodoxen Kathedrale wurde 1987 während der Perestroika angebracht und verspannt alsbald mit dem Ende der Sowjetunion. Am Vorabend des Weltkriegs fand Lenin in Krakau bzw. Poronin nahes Akkubane einen geeigneten Stützpunkt für die bolschewistische Parteiarbeit. Die Prager Konferenz 1912 hatte ja die vollständige Abspaltung gebracht. Scheinbar harmlos, sommerfrischend, badend und Pilze sammelnd war Lenin unentwegt, organisierend und konspirativ tätig. Es gibt also, gab es, ist also verlegt worden, ein Denkmal dort, also von Lenin, das zeigt er also mit seinem weichen Schlapphutlicht, also die Hände, der tauscht ihn nicht so ganz léger und nicht so wie sonst zur Revolution aufrufend, aber er war beständig, also in revolutionärer Aktivität und delegierte 1913 den, wie er ihn nannte, prächtigen Georgier Josef Vissarionovic Stugaschwili, damals noch Koba genannt und wittert vom zweifelhaften Ruhm seiner revolutionären Geldbeschaffungsaktionen nach Wien zum Studium der nationalen Frage. 1913 bei der Emigrantenfamilie Trojanowski in der Schönbrunner Schlossstraße, dressig einquartiert mit der berühmten Gedenktafel, brachte Stalin mit Hilfe gebildeter Genossen, vermutlich Bucharin, den gewünschten Text Marxismus und nationale Frage zustande. Stalins These vom Selbstbestimmungsrecht der Nationen bis zum Ausscheiden aus dem Staatsverband stand damals im Gegensatz zur ostomarxistischen Position eines Karl Renner und Otto Bauer, die auf der Grundlage des Kremsierer Verfassungsentwurfs von 1849 für die Erhaltung der Donau-Monarchie argumentierten und Stalins These sind dann auch eingegangen in den historischen Definitionsversuch einer österreichischen Nation durch den österreichischen Kommunisten Alfred Klar. Renner hat, ich resümiere jetzt also diesen wichtigen Aspekt der Revolutionsgeschichte, Karl Renner. Er hat in seinem berühmten Brief vom 15. April 1945 an seine Exzellenz Marschall Stalin Moskau mit der Anrede sehr geehrter Genosse Folgendes geschrieben. Als Resümee nicht also dieser Begegnung der österreichischen Sozialdemokratie, somit den russischen bolschewistischen Revolutionären. Der zweimalige Republikgründer teilte in diesem Schreiben mit, er habe mit vielen russischen Vorkämpfern enge persönliche Beziehungen geknüpft. Lenin habe er auf der Stockholmer Friedenskonferenz getroffen. Fantasierte er. Mit Trotzki verkehrte ich durch Jahre seines Wien-Aufenthalts ständig. Und dies stimmte, ist auch durch Trotzki bezeugt. Mit Rasanov arbeitete ich gemeinsam in der Wiener Arbeiterzeitung, dass er von Trotzkis gewaltsamen Tod in Mexiko 1940 und von der Erschießung des großen Marx-Gelehrten Rasanov nicht, also den Beginn der Max-Engels-Gesamtausgabe in Stalins Zauberung nichts gewusst haben wollte, kann nur als Kutzpe des alten Fuchses, wie Stalin Renanate gedeutet werden, in vorgetäuschter Naivität, gar Senilität. Sie hatte Erfolg, wie wir aus der österreichischen Geschichte der Zweiten Republik wissen. Nun muss ich also zeitlich jetzt zusammenraffen, ein ganz wesentliches Kapitel. Es sind die Merzgefallenen, ich habe das also angedeutet, wie sie sich zusammengesetzt haben, denen ich dann die Aufgabe zugewiesen habe, den roten Faden, also durch die Geschichte und den Aufbau, Bewusstseinsbildung, politische Formation der österreichischen Sozialdemokratie darzustellen. Sie kennen, hoffe ich nicht, den Merzobelisken auf dem Zentralfriedhof. Er wurde 1864 nach sehr lange anhaltendem Widerstand der Regierung auf dem Schmelzerfriedhof gesetzt, vor der Stadthalle markiert aus Einstein den ursprünglichen Standort und 1888 wurde also dieser hohe Granitobelisk auf den Zentralfriedhof überführt. Dieser Markstein der bürgerlich-demokratischen Revolution mit ihren Widersprüchen, die ich angedeutet habe, wurde sozusagen der Angepunkt für die Sozialdemokratie, die vom Bürgertum diese Tradition vollständig übernommen haben. Noch 1881 waren Viktor Adler und der deutsche nationale Georg von Schönerer gemeinsam am Grab des Feldkaplans der Akademischen Legion von 1848 Anton Füster. Sie gingen getrennte Wege schon im Jahr darauf, als Schönerer den Antisemitismus zum Hauptthema machte. Ich müsste jetzt also ausführen, die Usurbation, die immer wieder vorkommt, also seitens der Burschenschaften, die ja hierzulande eine bedeutende Rolle zu spielen beginnen. All die Teutonen, Vandalen, Marco, Germanen, nicht die ja auch noch sich, also von Zeit zu Zeit, also der Tradition, also von 1848 berühmen, sehr zum Unrecht, also über diese antisemitische und letztlich damit auch antidemokratische Wende, wäre ja sehr vieles zu sagen. Wir können im Gespräch dann darauf eingehen. Seit den 1890er Jahren jedenfalls wurde der bis zu 100.000 Teilnehmer zählende Zug der Arbeiter zu den Märzgefallenen eine dem 1. Mai durchaus gleichwertige Kundgebung. Es ging um das allgemeine Wahlrecht mit dem Höhepunkt des 50-jährigen Gedenkens 1898, war gleichzeitig auch das Kaiserjubiläumsjahr, also mit diesen berühmten Umzügen und prachtvollen Publikationen. 1848 blieb ebenso wie 1918 in der Hand der Sozialdemokratie. Sie wissen, wie sich das zum Republikdenkmal, also mit Viktor Adler, Reumann und Hanusch von 1928 fortgesetzt hat. Otto Bauer mit Renner, nicht der wesentliche Politiker dieser Umsturzzeit, sah die österreichische Revolution, so der Titel seines Buches, nicht als Katastrophe, sondern hoffte auf die Gestaltung der Republik, als Rechts- und Sozialstaat, ein Gemeinwesen, wie es im Roten Wien realisiert wurde. Die Gegner sprachen vom Revolutionsschutt, Sozialgesetzgebung, die es also wegzuräumen, galt im Wahlkampf also 1930 etwa. Mit der Unterdrückung der parlamentarischen Demokratie 1933 kam auch das Ende der Märzfeiern. Die Schlüsselszene im Romanfragment Jura Seufers, so starb eine Partei. Eine letzte Heerschau vor dem Schicksal, also noch einmal ein Aufmarsch des Schutzbundes, nicht nur so vor dem März-Obelisken. Otto Bauer sprach auch diesmal hinreißend. Er rief, noch sind nicht alle Märzen vorbei, 1930 und 3. Das ist ein Wort, das regelmäßig wiederkehrt in der Rezitation, in der Zitierung, nicht ein Fahnenwort von Georg Herweg, nicht das Gedicht 1848, 1873, also der große Poet, also von 1848, Tage des Februar, Tage des Märzen, waren es nicht Proletarierherzen, die im Frühjahr zuerst erwacht, 1848 und dann der Refrain, nicht das er macht, sind nicht alle Märzen vorbei. Darauf bezieht sich das Zitat. Otto Bauers Gesicht auf seinen Leitartikeln gemäß, Ernst und zuversichtlich. Ja, grüßte die Menge mit erhobener Faust. Nun, vor dem März 1934, wir wissen es, lag der Februar. Und ich erwähne doch, dass wir dieser Dinge gedenken sollten, da es ja, ich nenne es nur die Autorin, Historikerin, bezeichnet sie sich Gudula Walterskirchen, nicht, also die ja dazu 1934, also sehr verwegenen Thesen formuliert, nennen wir es vornehm so. Otto Bauer starb am 4. Juli 1938 im Pariser Exil, in der Hoffnung auf eine gesamtdeutsche Revolution, also das war also dieser Generation, also eingefleischt, nicht, also das Deutschland, nicht, also die Republik, also Deutsch, Österreich. Wohl hatte man also 1933, also bei Hitlers Machtantritt, also eine schroffe Absage an Anschluss an dieses Deutschland gerichtet, aber man konnte sich nicht dazu verstehen, Otto Bauer konnte es jedenfalls nicht, auch Friedrich Adler hat sich hier sehr schwer getan, dass man also auf eine Selbstständigkeit in der Befreiung Österreichs hingearbeitet hätte. Ernst Hanisch, sehr geschätzter Kollege, hat von Otto Bauer als einem großen Illusionisten gesprochen. Otto Bauer starb, gesagt, also 4. Juli 1938 im Pariser Exil und seine Asche, die 1950 überführt wurde, ruht vor dem März-Obelisken, dem Viktor und Friedrich Adler und Bürgermeister erseits. Jura Säufer, der jüdische Österreicher aus Karkow, Karkiv, Bränisch, wie Sie wollen, der Dichter des Dachau-Liedes, starb im Februar 1939 an Typhus im KZ Buchenwald. Beide, Bauer und Säufer, gaben mit ihrem Wollen und Wirken Zeugnis vom Fortleben der geschlagenen, doch unbesiegbaren Demokratie. Ich danke Ihnen und bitte um Entschuldigung, dass ich zeitlich wohl etwas überzogen habe. Vielen Dank für die Präsentation dieses noch ausführlicheren Buches, wo viele Sachen drinstehen, die man nicht einmal nicht erinnern kann, weil man sie gar nicht wusste oder nicht mehr wusste sehr lang. Ich empfehle es jedem, man kann sie auch drüben erwerben. Aber jetzt gebe ich euch das Wort für Fragen und sonstige gegen Argumente oder für Argumente oder Ergänzungen. Bitte. Ja, zwei Kleinigkeiten vielleicht. Es ist charakteristisch für das Umdenken der SPÖ, dass es nur noch sehr viele Interventionen möglich war, an das März gefallene Denkmal zu erinnern, das beseitigt wurde und bis heute weiß man nicht, wo es ist. Das ist der Verein für Geschichte der Stadt Wiener, der einen schönen Artikel drüber geschrieben hat, hat er vor 20 Jahren. Und das ist ja einmal bei den Wiener vorgeschlagenen Rahmen vor 15 Jahren, glaube ich, auch erwähnt worden. Das Denkmal selbst war vielleicht fünf Meter groß. Acht Meter, acht Meter, also der ist ordentlich. Acht Meter, das ist doch okay. Nein, nein, das ist... ...und stand ungefähr in der Linie, also nördlich vom Friedhof, wo das Klo beim Red Starplatz, beim heutigen Vogelwaldplatz ist, in dieser Linie war es. Und es gab zwei kleine, eine ganz kleine Steinsäule, ganz zart, hinter dem vier Quadratmeter großen Marmor-Tafel, wo die Stadt Wien Beamten sich berühmt haben für die Errichtung der Stadthalle. War so eine kleine Stumme, ich habe das da damals vorgeschlagen. Und dann gab es einen zweiten etwas Plumperen, der ist noch erhalten und der steht hinter dieser Tafel, die dann wieder unleserisch wurde. Jetzt haben wir verlangt, dass wieder lesbar gemacht wird. Und sie steht in der Nähe der Berufsschule. Bei jeder Besuch der Stadthalle kann man es anschauen, nicht? Der Hüttlterfer Straße, der Berufsschule. Und die Stadthalle ist etwas nördlicher, nordwestlicher davon. Das ist diese eine Detailgeschichte. Die zweite ist, natürlich wurde im Rahmen der Tagung der Geschichte der Arbeiterbewegung darauf hingewiesen, dass es politisch nicht sehr zweckmäßig ist, das Gedenken an 1848, den blauen und den alten und jungen Nazi und der alten Nazi zu überlassen. Das haben sich auch einige andere gefunden. Ich glaube, Kollegin Fehlner hast du gesagt, das waren gute Ideen und so. Ich habe das auch schriftlich gebraucht, das ist natürlich ohne Antwort geblieben. Weil in der SPÖ gibt es keine, wie sind wir so, üblichen Kommunikationsformen, wo man schreibt und dann kriegt man, habe ich hier ein Schreiben, wir halten, man geht den nach oder so. Das ist abgeschafft. Auch in der Gemeinde, wie lassen wir das jetzt. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, das Zweite, was ich ergänzen möchte, wie das Kolosseum, ein großer Veranstaltungsraum, neben der Maria-Hilfer-Straße, Schwendermarkt, Schwenderskolosseum. Wie so dort die letzten Restungen niedergerissen wurden, da waren doch der Bezirksrat und Nationalrat Netwe, habe ich zum Ärzten gesagt, es wäre schön, wenn man dort eine Toffe macht und auch daran erinnert, dass 1848 auch Marx in Lieber. Er war ganz überrascht. Moment, dass wir das jetzt nicht durcheinander bringen, also Marx hat gesprochen, also beim Engländer, nicht im demokratischen Verein, das war es auch auf dem Schottentor, und in den Streuselseelen, bei dem Arbeiterverein. Also das habe ich auch ein Bild drinnen im Buch, wer das Josefstädter Theater kennt, also kennt natürlich auch die Streuselseele. Und das war so ein sehr vornehmes Lokal. Beethoven hat ja zur Weihe des Hauses dafür also komponiert. Und das zeigte sich also, dass die Arbeiter, sie wollten ja auch so mit Herren angeredet werden, sich also mit dieser Politariatsrolle nicht begnügt haben, und sich eben dort, dass sie in den Streuselseelen versammelt haben, dort also sprach Marx. Und das Kolosseum war 1867, also der Gumpendorfer Arbeiterbildungsverein. Ja, aber es war auch ein Arbeitertag, ja, ja, ja. Ein Arbeitertag auch im Kolosseum. Und wenn man dort schon eine Tafel anbringt, beim Theater in der Jungs ist ja sonst so, wird man kaum an den Karl Marx erhören, dann habe ich halt gedacht, man könnte schon, wenn man erwähnt, dass dort 1848 ein Arbeitertag stattgefunden hat, im Kolosseum, könnte man auch schon zu dieser Zeit, wo auch Marx im Weg ist. Warum erscheint mir das wichtig? Weil Marx erkannt hat, wenn man schon Wahlen fordert, dann muss man auch gebildete Wähler haben. Und er hat sich eigentlich nicht sehr freundlich über die Wiener auslassen und ihr politisches Bewusstsein. Und ich persönlich glaube, dass es Victor Adler und vielen anderen doch eine gewisse Lehre gewesen ist, dass sie dann zur Erkenntnis gekommen sind, wie Victor Adler selbst formuliert, Wahl zu gewinnen ist wichtig, aber Sozialisten zu erzählen ist noch wichtiger. Und es ist ein Zeichen für den Zustand unserer Zeit. Schaut euch heute die Reglamen an oder die letzte Wahlregel an. Entschuldigung, das ist jetzt aber... Wenn ich bitte noch vielleicht die Namensnennung, also der Diskussionsteilnehmer. Putschek, ja. Ja, 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 wir kennen ja einander. Aus Wandruschka-Seminar, nicht? Ja, ja. Unvergessen, unvergessen, Kollege Putschek. Ja, ja. Gibt es noch? Und ihr Wort im Wandruschka-Seminar. Also wie Wandruschka perorierte, Adam Wandruschka ist vielleicht, dass er nur noch den Älteren mehr bekannt, also österreichische Geschichte war sein Fach. Und zeitlang ist er so als der österreichische Geschichtspapst verehrter worden. Ich war also sein Assistent, also völlig konträrer politischer Anschau. Und wir haben uns also die lustigsten Seminare geliefert. Man konnte mit ihm diskutieren. Also diese Offenheit, nicht? Also das schätze ich. Und das sage ich auch also zu seinem guten Gedächtnis. Als Wandruschka, wie er es liebte, ausführlich wurde, es war so ein zeitgeschichtliches Seminar, zu 1927 und 1934, war es eine ewig wiederholte These der geteilten Schuld. Blablabla, blablabla. Das kam also wiederum einmal aus ihm heraus. Und Kollege Butchek hat damals ihm zugerufen, das ist doch alles ein Schaß, was sie da gesagt haben. Und Wandruschka hat so hart, das ist auch wieder Wandruschkas Qualität, so hart wollen wir das nicht ausdrücken. Also das ehrt Wandruschka. Also jeder andere hätte also einen solchen Studenten wahrscheinlich rausgeworfen, nicht? Aber wir waren also noch in den Nachwehen von 1968, also Anfang der 70er Jahre, nicht? Ja, also das zur Illustration und persönlichen Erinnerungen. Danke, also Josef Butchek. So viele Summe. So viele Summe. Ja. So viele Summe von René Guérin. Nee, es ist jetzt nur, ich war drinnen, habe noch Aussehen gemacht, aber ich lese das Buch mit großem Interesse. Also ich weiß nur eines, weil wir gerade sagen Erinnerungen durch den Kopf gezogen, wie Sie Otto Bauern gesprochen haben. Da bin ich mal mit Peter Kreisky, der bei uns leider allzu früh verstorben ist und bei uns bis zum Schluss im Freistaat auch war. Da bin ich mit Peter Kreisky mal, da haben wir einen Kino im vierten Bezirk und wir kommen raus. Und der Peter spricht eine Dame an und sie reden Schwedisch miteinander. Der Peter konnte sehr gut Schwedisch, er ist sehr gut geboren und hat seine ersten Lebensjahre in Schweden und sie auch mit der Magie Binder, jetzt Fischer gemeinsam, die war wie seine ältere Schwester, die haben daneben gewohnt. Und der Peter spricht mit dieser Dame Schwedisch. Und danach sage ich zum Peter, Peter, wer war das jetzt? Ich sage, das ist die Nichte von Otto Bauer, die lebt in Schweden. Und weil du jetzt gerade dazu und Josef Butschi gabst, es gibt keine, Österreich hat ja kein Interesse gehabt, die Menschen, die vertreten wurden, wieder zu schauen, dass sie irgendwie zurückkommen können oder ihnen eine Chance zurückkehren zu geben oder sie gar einzuladen, wieder zu kommen. Und auch die Verwandten von Bauer gibt es, glaube ich, keine mehr in Österreich. Und auch von Peter Kreisky, außer seinem Sohn und seiner Frau, der Eva Kreisky, und der Susanne, der Schwester von Peter und dessen Kind gibt es auch keine mehr. Also die Menschen sind entweder ermordet worden, vertrieben worden, sie sind aber auch nie mehr wieder eingeladen, obwohl, ich meine, der Otto Bauer ist ja nicht irgendwer gewesen. Sie würden von niemanden eingeladen werden. Da schließt eine Frage an. Otto Bauer hat ja eine Schwester, namens Ida, die unter einem anderen Namen, der fällt mir jetzt nicht ein, also eine prominente, also von Freud genannte Patientin von Freud gewesen ist. Das ist offenbar also eine Nachkommen, nicht, also von dieser Ida. Kann niemand anderer sein, nicht, ja. Ich meine, was das Exil betrifft, die Namen wurden ja am Anfang genannt, Walter Grab, Ernst Wangermann, ich würde noch die Edith Rosenstrauch-Königsberg hinzufügen. Natürlich, ja. Denen, die ja alle ins Exil mussten, denen haben wir ja quasi die Grundlagenforschung der Jakobiner, der sogenannten Jakobiner Geschichte zu verdanken. Also die haben die Basisarbeit geleistet, auf der dann alles. Also im Exil quasi ist das das republikanische Österreich hat dort weitergelebt oder aus dem Exil ist dann die Forschung gekommen, wo man dann hier anschließen konnte, weil alle anderen haben dann erst... Die Edith Rosenstrauch war dann da, nicht? Ja, die ist ja zurückgekommen. Ja, ja, die von der Esel. Und die doch, ja, ja. Genau. Also die ist zurückgekommen, so wie viele jungen Mitglieder der kommunistischen Partei, um hier quasi die Reihen wieder zu füllen, der vielen ermordeten, im Widerstand umgekommenen Kommunisten in Österreich waren die einzigen, die zurückgerufen wurden. Aber nicht von Österreich, sondern von da. Nur ein Zwischenruf zu Jakobiner. Es gibt ein wunderbares, historisch gut formuliertes Stück von Otto Langmeier, der leider hat den Gehirnschlag dann niederlegt, und den Koni Hannes Mayer und das heißt des Kaisers die treue Jakobiner. Bitte schaut euch das an, es ist im Internet, der Vorher von Koni Hannes Mayer erlebt, noch im Bild, leider auch schon sehr gezeichnet, aber es ist im Internet und es ist komplett verlinkt, man kann sich in alle Aufführungen und alle Texte von Koni Hannes Mayer durchs Internet verlinken. Und es ist auch eine wunderbare Idee für einen Geschichtsunterricht oder für eine Schüler-Aufführung. Nutzt das bitte, da sagt es uns. Also die Vorgeschichte, ich habe das mal recherchiert, dass überhaupt das Café Hebenstreit, dass überhaupt der Name wieder bekannt war, war natürlich die ORF-Vorführung, also es wurde ja alles im ORF dann gezeigt, nach einer Club 2-Diskussion, glaube ich, zum Thema. Kuno Knöbel. Genau, Kuno Knöbel. Ja. Und wie dann 1989 zu 200-Jahr-Feier diese Räumlichkeit auch gezogen wurde, hat man den Link gesucht und der Hebenstreit war quasi... Und diese Namensnennung ist natürlich bloß nicht ganz zufällig, das Hebenstreit, auch wenn wir das Hebenstreit genannt haben. Und weil wir genannt haben jetzt noch den Kuno Knöbel, der leider auch schon gestorben ist, der war nicht nur der Leiter des Club 2, und der Erfinder des Club 2 ist, dieses Konzert, das wurde anverantwortlicher, unterhalten, also die Sendung wünscht ihr was, und auch die Idee dieses Pferdes war von ihm. Tatsächlich, das wusste er nicht. Das war Kuno Knöbel. Und das ist zwar nach einem Entwurf, nach einer Skizze von Rytlitschka, aber natürlich hat der Rytlitschka das nicht mit Hammer und Meisel selbst gemeiselt, sondern nach einem Gedanken von Fred Psymermans, nach einem Entwurf von Alfred Rytlitschka, und dann steht, nach Kostümmütz von Manfred Dijks, er hat die Marktkappe gemalt, und dann steht, es steht zwar hier der Petro Turini um, aber es war da Kuno Knöbel, die bei einer Sitzung im Volkstheater, im Wiener Volkstheater, also über den Spruch von Fred Sinowat, sein Ding zur Kenntnis, dass nur das Pferd dabei war, bei Waldheim, hat Rytlitschka mit rotem Stift, mit rotem Stift, mit Stiftung gemacht, und der Kuno Knöbel ist, es ist Krimse, geht zum Dr. Häusler, von den Vereinigten Bühnen, geht zur Bühnenwerkstätte, und lässt es im Auftrag der Gruppe Neues Österreich, damals hat der Republikanische Club noch Waren bekannter unter dem Namen Neues Österreich, Gruppe Neues Österreich, aber es steht oben, produziert von der Gruppe Neues Österreich, hat das, natürlich war das nicht, hat das nicht passiert, wie jemand der Peter Kreiske und der Joronor Wignewitsch selbst geschnitzt, sondern das ist ein hochprofessionelles Bühnenobjekt, das von der Bühnenwerkstätte, der Vereinigten Bühnen, in Russland gemacht wurde, und deshalb steht das hier, und geht hier und da mal zur Veranstaltung, aber sonst hat es hier sein, und das war in der Kuno Knöbel, das war in der Kuno Knöbel, nur war er damals beim OHF und konnte da auch nicht so prominent in der Öffentlichkeit gelandet, aber die Idee, diesen Gedanken, ein Symbol zu geben, einer Bewegung der Gruppe Neues Österreich, ein Symbol zu geben, das war der Kuno Knöbel, und ohnehin gäbe es dieses Pferd. Ja, eine kleine Bemerkung dazu, ich habe also nicht nur den Kony Hannes Mayer erwähnt, sondern auch den Otto Zonsschitz, der aus seiner Schule hervorgegangen ist, und der damals im Jahr 1974, also das Plakat habe ich da reproduziert, und auch also den Text dazu, eine großartige Revue, in Berlin und Wien ist das also gegeben worden, produziert hat, Zonsschitz ist also vor einigen Jahren gestorben, also Kony Hannes Mayer lebt noch, also hochbegabt, aber Zonsschitz ist gestorben, habe ich persönlich gelernt in Wien, und das zeigt, muss ich jetzt an meine Brust klopfen, ich glaube, ich bin ein wenig schuld an einem Witz, der also die Runde dann gemacht hat, es ist immer die Frage, weil solche Witze in Bewegung setzt, Sie haben den Sinovac erwähnt, das Pferd also war bei der SA, bei diesen unendlichen Querellen im Rahmen des HGÖ, also ich habe mich ja zum Schluss also nur noch geärgert, also über das Ganze, Sie wissen nicht, also es ist ja auch in die Öffentlichkeit gedrungen, wieder zurückgestuft, also und beschnitten worden ist, ich fürchte, also ich weiß eigentlich, der also diese Idee hatte, ist dann geheißen, und ja man hat das Stiegenhaus, nicht, also um sich zu entfalten, und wer also die neue Hofburg kennt, der weiß, also wie das dort inszeniert ist, nicht, man kommt ja dann also in die Hofrüstkammer, nicht, also früher Waffensammlung, genannt, wo die maximilianischen Turnierreiter, nicht, also so grandios inszeniert, nicht, also gegeneinander reiten, in Buhurt und Jost, und wie also alle diese Turnierformen und Rennen und Stechen also geheißen haben, und der Vorschlag, man könnte vielleicht also das Hürtlitschka-Waldheim-Pferd gegen, in dieses Turnier hineinbringen. Ja, Wolfgang hat uns schon gefragt, wie wäre das immer für eine Ausstellung, die dann von November bis April sein wird, nur für den Zuge im Zauber der Ausstellung, unter der Vorlage, dass man es aber jederzeit wieder abziehen kann, wenn es politisch missbraucht wird, also wenn dann der Strache kommt und das Pferd streichen will, also dass man das dann, wenn man dann in die Ausstellung führt, ist die Einstellung... Aber bleiben wir vielleicht doch also auch bei diesem Witz, nicht, also dass man es dann so in dieses Turnier der österreichischen Geschichte... Nein, das kommt nicht rein, solange es den Pferdestall gibt, also den republikanischen Club in Österreich gibt, es ist ja auch unser Logo. Ja, natürlich, ja. Solange es diesen Pferdestall gibt, geht es nach Hause in den Pferdestall nach der Ausstellung wieder, außerdem müssen wir nicht, ob wir nicht einmal wieder auf die Straße gehen müssen und das Pferd aufstellen und so weiter, ja. Es ist ja noch nicht Geschichte. Es ist, es ist ein lebendiger, es ist ein lebendiger Club, es ist kein, es ist noch kein historisches Objekt, sondern es ist noch ein Einsatz. Und wenn es den Club dann mal nicht mehr geben sollte, weil wir das nicht mehr brauchen in der Österreich, weil die Aufklärung die er gesetzt hat und die Erkenntnis, dann kann man noch immer reden, wo in welches Museum oder wo es sich dann in deinem Plätzchen kommt. Aber noch ist das Pferd aktiv. Bitte. Ich bin ein Mitgliedstaat kritischer Zeitgenosse und habe als Pensionlist etwas mehr Zeit historische Literatur zu lesen und was mich so sehr erstaunt und ich Sie kontaktieren möchte, das ist, dass die Windprobleme die ungeheure Brutalität ist, die 1849 sich über die Hauptflorger Monarchie ausgeweitet hat. Ja. Diese ungeheure Brutalität, mit der auch 1915 bis 18 sozusagen unsere Urgroßväter, Urgroßväter verheizt wurden in einem quasi industriellen Krieg und auch die große Brutalität der Hetze der Klerikofaschisten bestehenden Staates von 1925 an bis jetzt 34er Jahr, die Brutalität natürlich des 34ers, das ist so wenig präsent bei durchschnittlich lebenden Österreichern. Auch bei mir als eher kritisch lebender sehe ich das jetzt erst, wenn ich ihre Bücher lese oder andere Bücher auch nicht, Schwarzbuch der Habsburger lese. Erst da wird man konfrontiert mit Dingen, die in der österreichischen Geschichts, man kann nicht sagen, österreichische Geschichtsschreibung, sondern österreichische Geschichtsvermittlung, in der österreichischen Geschichtsvermittlung wird eigentlich mit großem Erfolg so ein liebliches Operettenbild gezeichnet. Wobei, ich bin immer erschrocken, wenn ich diese Bücher lese, was da am Blut fließt. Das ist so grauslich. Ja, es ist so, danke für die Ergänzung oder Zustimmung. Man kann das ja vielfach ergänzen. Im Buch steht natürlich auch mehr. Ich habe erwähnt, die 13 Generäle von Arad, die Ungarn, also jedes ungarische Schulkind, da gibt es Merkwerte dafür, die Namen der 13 Herrsau, die da zu Tode gebraucht worden sind, teils gehängt, teils erschossen, also einer der Hingerichteten, also die Bochner für ihre Offiziersehre, hat also den Richtern entgegengehalten. Ich habe meinen Eid gehalten. Der König hat ihn gebrochen. Also diese Offiziere, die zum Teil also gar nicht der ungarischen Sprache mächtig gewesen sind, die kamen ja aus dieser gemischten Offiziersgeneration, die haben den Eid auf die ungarische Verfassung vom April 1848 geleistet. Und die wurde also vom König und vom Hof und immer so brutal von der Militärgewalt also gebrochen. Man hat erklärt, das widerspricht der pragmatischen Sanktion nicht nur so weg damit und hat also den Feldzug mit dem Banus Jelacic eröffnet. Und daraus entstand dann also diese verhältnisvolle Zuspitzung des Konflikts in den allgemeinen Untergang geführt hat. Man könnte das also noch weit ergänzen, also Laya Spatian dessen Namen ich genannt habe, war der ungarische Ministerpräsident vom höchsten Adel. Und ihn hat man im Todesurteil hängen wollen. Also er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Seine Frau hat es also fertig gebraucht, ihm also ein Messerchen in den Kerker zu schmuggeln. Das war die größte Schmach. Also einen ungarischen Edelmann zu hängen wie einen Strauchdien. Unfassbar, nicht? Und er hat sich am Häus und an den Adeln Verwundungen zugeführt, wurde er entdeckt und mit einem dicken Halsverband wurde er auf dem Lichtplatz getragen und auf einer Bahre sitzend erschossen. Ein Denkmal auf diesem Platz, sehr prominenter Platz mit einem ewigen Licht erinnert. Das ewige Licht brannte, auch in der sozialistischen Zeit war dieses ewige Licht für Bautjani auch ständig in Betrieb. Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise. Und Heinau, man muss diese Männer doch auch kennzeichnen. Er ist ein Ehrenbürger von Wien, wie ich sagte, so lesen Sie seinen Namen. Er war ein Psychopath, ich will jetzt nicht seine Lebensgeschichte erzählen, ein unählicher Sohn, das eigentlich auch schon verrückten Kurfürsten von Hessen mit einer jüdischen Apothekers Tochter, die man dann in eine Kadettenanstalt hineingepresst hat. Er war ein militärisch hochbegabter Offizier. Radetzky hat ihn hoch geschätzt, auf ihn gesagt, man möge mit ihm Verfahren mit einem Rasiermesser nach dem Gebrauch wieder ins Etuit zurückgeben. Das hat man nicht getan. Man hat ihn wüten lassen in Italien, jene von Pressscheiß eingegangen in die Geschichte der Unterdrückung des Risorgimento, hat Frauen auspeitschen lassen und hat bei dieser Hinrichtung von Bautjani den Ausführer und Offizier gerügt, dass er nicht gehängt habe wie im Urteil. Es wäre nicht gegangen, dass wenn ein Mensch so ein Hals verbaut hat, wie soll ihn hängen, sondern ihn erschossen hat. Solche Kaliber waren damals unterwegs. Und ist Ehrenbürger von Wien. Ehrenbürger von Wien. Lesen Sie das das nächste Mal. Wenn Sie in das Rathaus hinausgehen, sind sehr honorige Leute, klarerweise. Das ist niemals revidiert worden. Heiner, der furchtbare Heiner. Und im heilsgeschichtlichen Museum steht er mit Windisch-Kreiz-Jelachit-Schradecki, dieses Wir, dass sich die Offiziere in die Säbel klingern haben gravieren lassen, am Treppenabsatz. Wenn Sie von der Feldherrnhalle hinaufgehen und die Ruhmeshalle, dann kommen Sie an diesen vier Herren vorbei. Heiner, nicht an seinem enormen Schnurrbart, so kindlich. Also es geht noch über den Radetzky-Marsch hinaus, nicht an Traditionspflege. Vielleicht ganz kurz. Ist das in den anderen europäischen Völkern auch so üblich so eine Geschichtsverlieblichung, wie wir es im österreichischen Kaukamm und auch in das ist schon eine Singularität. dass eine vergleichbare Hohenzollern-Nostalgie gibt es doch wirklich nicht. Bitte? In welcher Hinsicht meinen Sie? Die Hohenzollern-Nostalgie Nein, im Gegenteil. Aber die DDR hat auch erstaunliche Dinge an Traditionspflege geleistet. Das ist jetzt anders gelagert. Aber ich habe auch den Theodor Körner drinnen. Der Großonkel des gleichnamigen und wohlbekannten Bundespräsidenten. Theodor Körner, der Freiheitsdichter. Schauen Sie in eine beliebige Wühlkiste von einem Aquariate, so finden Sie seine sämtlichen Werke. Theodor Körner ist ja noch vor der Völkerschlacht von Leipzig gefallen, beim Anbruch der Befreiungskriege. Das Volk steht auf, der Krieg bricht los, was man Goebbels zitiert hat. Und ein Heros, für die Jugend, Lesebuch, Gedichte waren ihm gewidmet. Und Theodor Körner wurde auch in der DDR außerordentlich verehrt, so wie er dann, glaube ich, die spätere DDR alles beerbt hat. Alles hat sie beerbt. Den Ernst-Moritz-Arndt hat sie beerbt, den Turnvater Jan hat also die DDR beerbt. Das gehört zum nationalen und kulturellen Erbe. Der Begriff Erbe wurde überstrapaziert. Und für Theodor Körner hat es einen Orden gegeben, der für poetische Bemühungen der Volksarmee beziehungsweise auch des Grenzschutzes insbesondere gewidmet gewesen ist. Da gab es also eine Theodor Körner Medaille. Nicht also das sind doch auch Exzesse einer seltsamen Traditionsbildung und eines Nationsverständnisses. Gleichzeitig gibt es ja auch vielleicht gibt es diese Singularität in diesem Zusammenhang des Gedenkens. Aber wir haben ja auch die Literatur. Also mir ist nur eingefallen die Gräueltaten des Ersten Weltkriegs durch die Garon Karmie hatte ja der Zeitgenosse Karagraus sehr sehr wohl an der Zensur vorbei quasi publiziert auch hier. Und da gibt es ja auch diese Darstellung in Würge Eingel des italienischen Abgeordnetens der als Verräter hingerichtet wurde. Battisti. Genau, Battisti. Das von die Spitz. Und das österreichischen Abgeordneten. Aber was vielleicht auch nicht uninteressant ist, also diese Literatur wird da teilweise auch vergessen genauso wie auch die Literatur bei den Wiener Jakobinern sowie der Blumauer und so. Aber es gab Ende des 19. Jahrhunderts, gerade was 1848 betrifft, einen sehr spannenden, quasi der Finger des Vertons, sagt man immer, den Friedrich Schlögl, ein enger Freud von Ludwig Anzengruber, der sehr spannende Beschreibungen des März-Gedenken im späten 19. Jahrhundert als Anhänger auch dieser republikanischen Idee und auch Bekämpfer damals des Antisemitismus einer jungen Generation eines Hermann Baars am Anfang. Und dieser Friedrich Schlögl, da gibt es zwei Kurzgeschichten, nämlich die 1848er, wo die da herkommen zu diesen Gedenken, also die letzten Überlebenden und diese Republik, also die natürlich nichts, also sehr, also Gefängnis, alles erlebt haben, Exil und dann wieder in Wien sind und dann halt aus ihren Wohnungen kommen und dann gibt es aber auch eine zweite Geschichte, die aber auch interessant ist, woran man auch selten erinnert, auch an die Täter nämlich, es gibt eine zweite Geschichte, die heißt die 1849er und das sind nämlich die Spitzel, die Denunzianten, die halt quasi 49 alle, der war dabei und der war auf der Breite und die haben, wie dieser Josef Weil, den ich Ihnen als Typus mit dem Vierzeiler gekennzeichnet habe. Die waren aber nicht sehr, also er beschreibt das auch, dass die nicht sehr beliebt waren, also das war nicht so, das waren nicht die Helden, so wie vielleicht dann heute in der politischen Diskurs von manchen Parteien, irgendwelche alten Nazis, sondern die waren also in der Bevölkerung nicht gerade die, also sie haben zwar gut gelebt, weil sie auch belohnt wurden für ihre quasi Spitzelei und ihre Zubringerei von Informationen und die beschreibt der Friedrich Schlögl auch, den kennt inzwischen, also Ludwig Anzengruber kennt man noch, aber den Schlögl und die waren ja sehr enge Freunde. Die war ja auf Lage. Gab es, also es gab im Residenzverlag, genau, Wiener Blut, also das einzig von ihm Bekannte, dass seine Kurzgeschichten sagen, Wiener Blut, das ist ja die Grundlage für den Walzer, also der Titel hat überlebt, also nur so weit, also es gibt schon Gedenken, aber halt immer unter Intellektuellen, unter den Künstlern, Künstlerinnen und den Literatinnen, immer versteckt, also auch Martin Brandstetter, also der ja da gestorben ist, wie wir erwähnt haben, also seine Gedichte wurden ja auch von Schubert vertont und er hat schon gewusst, wen er da vertont, also die waren ja präsent, aber der offizielle Staat, auch in der Republik, gut in der ersten Republik war es nicht wirklich möglich, weil die Meisling gibt es als Schlöglgassen. Ja, ja, und Brandstetter, also darauf weise ich auch hin und bildet es auch ab, hat eine Gedenktagung in Wien, und zwar wenn sie in die offene untere Turmhalle, also des Rathausdurmes eintreten, finden sie die, dort ist ein Gedenkdorf für Martin Siebenbürger, das war der Anführer der ständischen Opposition gegen den Regierungsantritt, also der Ferdinand des Ersten, nicht, also im 16. Jahrhundert, Wiener Neustetter Blutgericht, als der, einer unter so manchen, also Wiener Bürgermeistern, die also so in diesen habsburgischen Wirbellicht, also der Bruder Kämpfe auch hineingerauten ist, hingerichtet worden ist, dieser Martin Siebenbürger, und da gibt es auch eine Tafel für den Magistratsrat Martin Brandstetter, das war also noch ein relativ junger Mann oder Mann in den besten Jahren und gewidmet unter Bürgermeister Reumann von den sozialdemokratischen Magistratsbeamten, die Tafel wurde also prompt nicht so 1934, also entfernt, aber dann wiederum so angebracht und erneuert, ja, Martin Brandstetter. Ich habe das also so ganz, ganz knapp nur gehalten aus Zeitgründen, aber ich habe wirklich versucht, anhand also dieser 48er Tradition eben auch also die politische Entwicklung Österreichs zu rekapitulieren und man sieht also wie Schritt um Schritt und die Schritte werden also immer rascher und immer größer und geradezu also sprunghaft das Bürgertum also sich verabschiedet. Die Nationalisten, also die Deutsch-Nationalen also sowieso nicht, also Schönerer ist also da anfangs auch dabei und es wird also bei passender Gelegenheit dann auch wiederum hervorgeholt, denken Sie an Jörg Haider, nicht, also der 1998 also sich als den zweiten Kudlich bezeichnet hat und ja, die Revolution also von 1848 und Sie wissen ja, Schache verfährt jetzt also mit Kreisky, nicht, also ebenso. Es gibt also die erstaunlichsten Glitterungen, Glitterungen, nicht, also die da vor sich gehen. Jetzt werden wir dann den Akademikerball also wiederum erleben. Ich bin halt der Meinung, man soll also nicht das in diesen gewalttätigen Formen dann also demonstrieren, aber sehr wohl, nicht, also irgendwie massenhaft so aufmarschieren. Es ist schrecklich, in ein paar Tagen also haben wir wiederum also die ganze Bescherung, nicht, also vor uns. Ja, aber die Dienstnahme, das war eigentlich meine Frage, sondern die Vorbereitung ist sozusagen so ein riesiger Aufstand mit der vor einigen tausend Beteiligten wie das 10, 20 Jahre danach im kollektiven Gedächtnis. Man hat versucht, also wirklich auch eine Damnatio Memoria, nicht, also diese Austreibung, das gab auf dem Schmelzer Friedhof, wurde ja platt gemacht, das wurde als ein Weg darüber geführt und also Sand darüber, nicht, und das hat also härteste Mühe bedurft, um das also wiederum also sichtbar in Erinnerung zu rufen und zu machen. Das war natürlich schon ein großer zeitlicher Abstand, nicht, also 1864 noch unähnlich nur so Querellen wurde, das dann also endlich errichtet, also der Obelisk. Und die Generation also von 1898, ja, die haben da so keine Erinnerung mehr gehabt, also der Arbeiter, das ist ja ganz klar, also eine 50-jährige Erinnerung, also das echte Jubiläum, nicht, also heutzutage, die Zeitungen haben jetzt geschrieben, ein einjähriges Jubiläum von Donald Trump, nicht, also das ist ja lächerlich, also einjähriges, kein Jubiläum, Jubiläum, das schreibe ich auch dann, ist also ein ganz hochwertiger und bedeutsamer Begriff, das geht ja zurück also auf das alte Testament, auf das Jubiläum, nicht, also das wurde ja so mit den Widerhörnern, nicht, also verkündet, das große Gnadenjahr des Herrn, das Jahr des Herrn, Tag des Gerichts, nicht, also da kommen verschiedene, angenehmer Tag, das sind ja verschiedenste Übersetzungen, nicht, und da sollte eine Schuldenentlastung stattfinden, nicht, also das Sabbatjahr, nicht, also das siebente Jahr, nicht, da sollte also die Schuldknechtschaft also rückgängig gemacht werden, nicht, also so wie die Gesellschaft ruht am Sabbat der Woche, nicht, also so sollte ein Sabbatjahr stattfinden, und siebenmal sieben, das fünfzigste Jahr, sollst du, Luther übersetzt, das angenehme Jahr des Herrn machen, und wissen Sie, das schreibe ich auch da drinnen, ich lese gern auch also in der Bibel, nicht, also Precht folgend, der einmal gefragt wurde, was ist denn Ihre Lieblingslektüre, Precht antwortete, Sie werden lachen, die Bibel, kennen Sie also diese Geschichte, und in Lukas 4 tritt ja Jesus auf, voll des Geistes, nicht, also kommt er zurück, nicht, aus der Wüste und nach der Taufe, nicht, also und predigt, in der Synagoge seines Heimatdorfes, nicht, und er lässt sich also eine Rolle reichen, nicht, und er warft das Buch um, übersetzt, also Luther, eine Rolle, ist ja kein Buch, das man so auf und zu macht, sondern es ist eine Rolle, nicht, also die man aufmacht, das ist die Rolle des Jesaja, nicht, und das ist also die Stelle, nicht, also von diesem Gnadenjahr, nicht, also des Herrn, in dem die großartige Stelle, meine Lieblingsstelle, also im Evangelium, also ich sage es gleich dazu, die Gefangenen zu befreien, die Zerschlagenen aufzurichten, die Blinden sehen zu machen, also was für ein Programm, nicht, und dann werfen also die Juden, also seiner Heimatgemeinde, Jesus aus der Synagoge hinaus, und wollen ihn da von einem Felsen hinabstürzen, er ging aber mitten durch sie hindurch, nicht, und geht da noch Kafarnaum, nicht, also von seiner Heimatgemeinde hat er sich also verabschiedet, das ist eine großartige Ansage, und das bedeutet Jubiläum, Jubiläum, und das sollten wir immer denken, das ist ein Zeitraum, den man auch überblicken kann, nicht, also, ja, das Leben des Menschen wird 70 Jahre, heißt es also beim Psalmisten, nicht, also 50 Jahre ist, auch mit der Elterngeneration, sozusagen, das kann man noch so gut, gut überschauen, also diesen Zeitraum, und es ist eben also ein ganz, ganz, also besonderes Jahr, und ich erinnere mich noch, also wie 1938, 1988, der Name ist mir leider jetzt, also nicht mehr gegenwärtig, also ein FPÖ-Funktionär, ein Kärntner, von einem Jubiläum, nicht, also des Anschlusses, damals, ja, Ausrutscher sozusagen, gesprochen hat, nicht, ein Jubiläum ist etwas, was zu feiern ist, nicht, also und freudig zu begehen ist, nicht, ein Befreiungs-, ein Befreiungs- und Entschuldungsakt, Entschuldung, Entschuldigung, ungeheuer viel drinnen im Jubiläum, und wir sollten diesen Begriff, also wirklich, seiner Würde, gemäß behaben. Noch eine letzte Frage von... Es hat vor ein paar Jahren die Überprüfung gegeben, die Straßennamen, die nicht genannt werden, vielleicht sollten wir die Wiener Ehrenbürger auch noch... Es wäre nicht schlecht, es wäre nicht schlecht, ja. In Ungarn, in Ungarn hat man das gemacht, also da waren auch also die genannten Herren, also Ehrenbürger und Stalin, Stalin auch, also waren in Budapest nicht, da sein Ehrenbürger, und 2009 hat also die Stadt Budapest, also das revidiert und die rausgenommen, aber hat auch sehr lang gedauert, nicht? 2009. Ja, dann, ja, mit vielen Aufträgen, genau, zwei Sachen, zuerst einmal, das Buch gibt es hier zu erwerben, wie schon vorhin gesagt, es gibt jetzt, wie alles immer zusammenpasst, auch sehr spannende Veranstaltungen im Republikanischen Club in den nächsten Wochen, hier zu entnehmen, Exil-Lyrik und Widerstands-Lyrik übermorgen, am Montag, den 29. hier wieder der Frage nach, was das F in FPÖ bedeutet, ich glaube, da werden wieder ein paar Sachen auftauchen, die heute schon erwähnt wurden, nehme ich mal an. Wir haben jetzt, weil Sie sie gute Walterskirten eingeladen haben, war als Kontrabat, weil wir uns natürlich ein bisschen rein... Sie kommt? Sie hat zugesagt. Oh, das wird lustig. Ich habe Sie angeschaut, das wird lustig, es ist der Doron, es wird der Doron sein und der Herbert Schiedler als Rechtsextremismusforscher. Und dann noch am 2. Februar, Mercedes Eichere, der ist zum Glück wieder sehr, sehr gut, also gut geht, oder hoffe ich... wir hoffen, da wollte ich auch der Stelle... Okay, dann lasse ich dir das Wort. Also am 2. Februar ist es zum einen im Memoriam Ute Bock, die gestorben ist, wie wir alle wissen, Mama Bock ist, lebt nicht mehr, wird es um 17 Uhr ein spontanes Memoriam gegeben, am Heldenplatz, nicht? Es ist um Facebook angekündigt und geht auf die Decke als Lichtermeer, wir würden aber empfehlen, wir würden aber empfehlen, keine Fackeln mitzunehmen, offenes Feuer, Wackherzenwachstum, und jeder kann Plastik an der Erkrankung, ja, ja. Also Fahrradlichtblinker oder Handyblinker, dass man mit dem Handy kann bei Auffelektur und mit dem Handyblinker, um 17 Uhr ist das, also ein spontanes Meeting am Heldenplatz, ich glaube, der Heldenplatz wird voll, wenn ich mir das so anschaue, was im Internet los ist, und es nennt sich Lichtermeer für den Bock und danach um 19 Uhr gibt es die Lesung aus Originaltexten von Irene Harand, die Irene Harand war eine Antinazie, eine personische Antinazie, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, Sein Kampf Antwort an Hitler und aus den Originaltexten ist die Mercedes Echera, wir hoffen, dass sie, wie ich meine, jetzt ein Spital, ja, oder auch, dass es so gut geht, es gibt auch Musik dazu, und, also das wäre dann für nach dem Heldenplatz. Und Rudi Gebhardt, lesen Sie auch da. Nein, nein, der Rudi, entschuldige, der Rudi, nein, der Rudi, ich komme sowieso immer zu den Veranstaltungen und den dürfen wir nennen, das wollte der Alfred Wusch als Ehrengast sozusagen. Ja, 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 ja. Er war ein großer Haras, er hat die Haras-Texte gelernt, der Rudi, und er kommt dort ins Haus. Ich habe ihn gesehen am 9. November. Ich sehe ihn fast jedes Mal. An der Spitze, also dieses, ja noch sehr kleinen Demonstrationszuges hat man sehr imponiert, ja. Er kommt fast zu jeder Veranstaltung, wo es ihm gesundheitlich irgendwie geht, es ihm irgendwie geht, er hat gestern den guten Bock, er hat am Sonntag den guten Bockpreis der Zivilcourage bekommen, in Burg Diardo, eine Martini, anlässlich 25 Jahre, der heute, genau heute, vor 25 Jahren, war das nicht der Mann. Und alle anderen Veranstaltungen, die natürlich auch noch interessant sind, kann man entweder sich in den Newsletter eintragen, dann kriegt man den Newsletter zugeschickt, oder auf der Homepage nachlesen, oder es klickt dann immer auf, man kann sich das auch in ausgedruckter Form holen. Also aus Kostengründen, tun wir fast nur mehr per E-Mail und seltener per Postdorf schicken. Wenn jemand gar keine E-Mail hat, bitte einfach die Postadresse zuschreibt, oder wie gesagt, es klickt auch immer auf, man kann es im Internet auch nachlesen. Entschuldigung, das war die Frage. Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Kommen. Wir sind jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde da, weil es Durst und gibt es Wasser und Kekse und, ja, vielen Dank. Applaus Vielen Dank.